so jetzt aber leiche gefunden ist egal das nicht so wichtig dürfen nur nicht wissen wo wir sind das ist das wichtige wichtig gerade aber ich guck mal ob hier noch was ist weil der eine kam nämlich von der seite hier aber nix auch noch ein noch ja das ist aber der kind Frage gehst du von der seite? du kommst von der seite, ne? die sind aber alle mit ein paar seiten von unterwegs sind hier die sind aber in der seite von unterwegs sind hier okay jetzt sitzt hier keiner das ist es das ist jetzt Nummer zwei hier bei mir das ist nicht zu spät gesehen ja, das ist das Problem Scheiße ich habe noch einen glaube ich wie wir letztens ja schon gesagt haben Käfer ist nicht unbedingt der Beste in Sachen Stealth da und die Was ist das? Scheiße, ich verrasch das jedes Mal die falsche Taste, die richtige Taste zu drücken. Ich drücke mal H1 und L1. Das sind auf jeden Fall ein paar schon gefallen jetzt. Ich klicke hier quasi mehr oder weniger vor dir. Ich denke mal, wir haben alle. Sieht zumindest so aus. Da war ein bisschen Zeit, gerade mal das ganze Ding zu durchsuchen. Ja, wir haben alle. Was ist das für ein Ding hier eigentlich? Jetzt sind wir hier. Untersuchen wir mal, welche Akten auf Klärungsdaten. Das hier, das ist ... Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen ins Auge gesprungen. Nehmen wir mal das hier mit. Quell jetzt. Alles klar. Hier rein. Das ist die E-Mail. okay jetzt okay ja ich dachte gerade das bringt war es bei mir verpackt ich war doch der weder bei mir stand es nämlich auf der stelle dass die füße bewegt ist aber nicht vor ganz gekommen ja okay ich sage immer hier noch alles auf was hier noch dabei hier das gewehr da müssen wir jetzt wenn man die war mit und da habe ich auch noch eine kleine anfeuerwaffe ich brauche wie gesagt immer noch so ist gewährte kriegt so jetzt ich habe die markierung weg gemacht die städte hier sind noch ein paar informationssachen ja die habe ich eben schon gesehen das ist nur für eine waffe und noch irgendwas und bivak auch mal nachsicht angemacht weil es ist langsam dunkel er habe dabei gröntchen direkt vor uns gegner ja sehr heute jetzt wollen wir sehen können sind das wirklich noch kopf zu ziehen wie zwei ja eigentlich schon da welchen hast du links ok 321 als drohne richtig doch ist kaputt Nehmen wir so mit, ist ein Sprengsatz. Können wir hier schwimmen oder so? Geht das? Ja, man kann schwimmen, das ist gut. Ja, willst du dich erstmal vorher eine Drohne rüberschicken, damit wir kurz mal gucken, was wirklich auf den Zug kommt, bis wir uns da reingehen? Wir können doch erstmal rüberschwimmen und dann eine Drohne losschicken. Können wir auch. Ich will nicht wissen, wie kalt das Wasser ist. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ja, das ist super. Es ist ein Flugzeug gewesen. Eine Astra-Drohne. Wie beim letzten Mal. Ja. Dann nicht hinterher schießen. Okay, die stoppt. Ich bin wieder weg. Oh, schnell, der Handy kommt, der Handy kommt. Geh doch runter. Das ist natürlich total super. Dankeschön, Charakter, dass er nicht runtergegangen ist. Also, mich sehen sie komischerweise nicht. Jetzt verliebt. Ah. Jetzt verliebt. Ich glaube, das war dein Schuss. Wir sollten erstmal hier bleiben, bis die... Da kommen nämlich, glaube ich, Gegner. Oh ja. Einen habe ich weh. Weg. Oh, der hat eine Waffe mir gegeben. Ach, ich bin gleich wieder da. Okay. Ach, Mann. Boah, Schuhe. Ich ziehe jetzt zurück. Ich bin jetzt wieder da. Oh, die Granate. Scheiße. Ich bin tot. Einen konnte ich mir da mitnehmen. Aber der Zweite, der da hinterm Felsen sitzt, den habe ich nicht noch mitbekommen. Ich gucke, ob er es gibt. Oh, Mist. Das ist ein Metallschuss. Äh, warte mal. Alter, wie können die mich denn immer noch sehen? Alter, ich robbe schon durch den Scheißdreck. Boah, diese Drohnen sind aber auch zum Kratzen. Ja. Ich kann gerade nichts machen. Tod. Ja, super. Hat sich ja voll gelohnt. Da haben wir plötzlich wieder dieser Dreckszähne, die er ein bisschen aufgescheucht hat. Ne, die Drohne. Oder die Drohne, ja. Wir sind im Wasser und in dem Moment muss heute nicht so ein Ding kommen. Das ist scheiße. Das finde ich nicht gut bei sowas. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist durchaus realistisch. Weil, wie gesagt, die fliegen ja immer nicht so ein bisschen aufstehungsflüge. Ja, aber immer genau dann, wenn du gerade irgendwo bist, wo du dich nicht tarnen kannst. So. Die Frage ist... Ich dachte, wir werden später bald ja gleich noch. Das ist doch eine andere jetzt, ja. Da sind ein paar Gegner mehr, ja. Töten. Ein Sniper habe ich schon mal. Da ist fast eins hier, was wir töten müssen. Drohne entdeckt. Genau deswegen sollte man die auch nicht zu sehr benutzen. Ab ein. Ernsthaft? Ja. Pass auf, die Drohnen können Granaten droppen. Oh, es hat sich... Ja, okay, gut zu wissen. Ich habe das Ziel schon mal erwischt. Alter. Jetzt. Alter. Jetzt. 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 Ja. Jetzt. ist wie gesagt tot du hast wahrscheinlich die Zeit ablaufen lassen dass du das wollen konntest was ist denn das für ein Witz wieso können die mich hätten aber ich die nicht Schätze diese scheiß Drohnen ja ja die geht einem geiler bisschen auf den Sack aber alles ist halt irgendwie durch 10 Sekunden bin ich da so wieder da noch einen erwischt ja sehr gut Juggernaut erwischt wo schießen die ich hoffe jetzt das Problem herzhaft hey ich sehe den Sniper ich habe wieder allgeholt Sniper ist weg andere Sniper auch weg sehr gut ich glaube wir haben alle wurde eliminiert das war einfach da könnte ich mich dran gewöhnen aber dieses Dokument gefällt mir gar nicht wir haben alle ja so ein U-Boot-Verwaltungsbericht ok ich will mich hier erstmal noch ein bisschen umsehen zu zerstören bin dabei komm mit sind du kein Zivilist du Idiot ich könnte ihre Hilfe brauchen um diesen Ort zu finden da kann ich Ihnen vielleicht helfen danke das ist ja aufsicher gerade aktualisiert hast du das Teil von der Leiche schon aufgesammelt ja gut das hier ist noch ein Heli wir könnten also direkt zur nächsten Mission fliegen ja ich wollte aber da sind auch zwei Kreise die ich gerne mal kurz angucken wollte ja aber wie kommt man da hoch also da ist schon mal doch nichts mehr zu was ist jetzt irgendwie doch zu holen das wieso gibt es denn hier nichts zum hochklettern was denn das für mich mal ach da ist meine Leiter aber hier oben ist auch noch irgendwas hier ist eine Kiste ja mit einer Hose ich habe eine Waffe in der weitere STG gucken wir gerade ob ich die was bringt ich will noch hier hochklettern das ist nämlich noch das noch Schmoneten die nehmen wir mal raus die hier brauche ich nicht Schmoneten Schuhe hier die Schuhe brauche ich nicht kann ich zerlegen die 1er genauso wie die ich kann sie alle zerlegen die die hohe kopfdeckung ich kann nicht gesehen ich habe ich brauche irgendwann mal neue Handschuhe hier oben noch was wichtig ist eine weste die kannst du zerlegen hier und die nehmen an sehr gut sehr sehr gut ok gut schon gar nicht so schlecht eigentlich so ich gucke mir kurz in die eine Kiste noch da oben an ob da noch was brauerbar ist dann komme ich zu dir zu mir noch was die neue Teile noch was die neue Teile eine Hose die ist sogar gut noch mal nicht gut perfekt so gut dann komme ich da hoch zu dir und wir machen uns dann auf rüber ich mache kurz hier ein Folgenende da ja man die 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 dann всю Bis zum nächsten Mal.